Ein Theologiestudium ist sehr vielfältig. Sie lernen Sprachen, beschäftigen sich mit Geschichte und Philosophie und praktischen Aspekten der Theologie. In Bern ist besonders, dass wir sehr vielfältig aufgestellt sind. Sie können evangelische Theologie und christkatholische Theologie studieren, interreligiöse Studien, Judaistik und Gender and Religion. Die Studienvielfalt an unserer Fakultät ist wirklich sehr gross. Wir haben die Möglichkeit, in verschiedene Studienrichtungen hineinzuschauen, wie beispielsweise die Ökumene oder auch in kleinere Fächer wie die Diakoniewissenschaften und auch die interreligiöse Perspektive ist immer sehr wichtig. Daneben haben wir aber auch die Möglichkeit, uns so richtig in ein Studienfach zu vertiefen und richtig einzutauchen. Das geschieht dann in Vorlesungen, Seminaren und Übungen. Aber wir bleiben nicht nur sitzen, sondern gehen auch raus auf Exkursionen, zum Beispiel nach Rom oder Israel, wo wir Theologie vor Ort erleben.